So, jetzt versuchen wir es nochmal, weil es ja gerade irgendwie nicht geklappt hat. Unser Ziel ist es, die 8 Dinger zu finden. Die 8 Dinger. Ne, die 8 Zettel. Ohne die gehen wir nie nach Hause. Kann ich schon anfangen? Ja. Was war das? Gar nichts. Jetzt passiert ja nichts. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Ja, guck mal, die Batterie wird echt schwacher. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter weg. Was ist vor uns passiert? Das ist echt kacke, wenn die mal schwacher wird. Ja. Das ist halt wie nur normale Batterie-Dings, ne? Ja, wenn die hat länger gebraucht. Wenn du eine neue Batterie rein kannst, kannst du ein paar Stunden mit rumbringen. Ja, hast du welche dabei? Ja, bestimmt. Aber wer geht auf dem Button und hat durch Zufall eine Taschenlampe dabei? Ja, keine Ahnung. Ich sehe doch schon die erste Seite. Ja. Oh mein. Aber guck mal, da war man von auch nicht, ne? Ne, das stimmt. Was ist denn das mit dem Tor? Ja. Ich habe noch eine Ahnung, was das sein soll. Ich laufe jetzt auch mal anders. So, mitnehmen. Okay, okay. Das ist die Musik schon. Ja. So, oder drehe dich einfach nicht rum. Ist die Zettel eigentlich mal vergleichen? Stellt das so? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, sondern nie gespielt. Wenn ihr das willst, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Weil ich habe keine Ahnung. Wenn ja, macht es die Sache ja einfach. War irgendjemanden durchzocken lassen? Du mögst es so in die Zettel sind? Im Prinzip ja schon. Und ich will mich gar nicht so weit rumbewegen. Erzähl. Ah. Männer hält sich schon ganz drauf am Schreien. Ey. Schau mal, okay. Akku leer. Der muss noch durchhalten. Sicher. Oh, kommt hier mal wieder was? Die Musik macht auch in Karine. Ja. Männer findet das ganz toll. Die ist Mitläufer beim Schreien. Die erschreckt sich, weil wir so laut sind. Ja, das ist normal. Nee. Ich will ja gar nicht schreien. Ja, das kommt automatisch. Aber da in dem Ding ist doch bestimmt immer da dran. Und die Steine. Oh, Einspannung, ne? Ich will mich nicht umdrehen. Ich laufe erst mal woanders hin. Ich will einfach nur geradeaus laufen. Und ich halte mir den Mund dazu. Ich will nicht schreien. Der kommt ja automatisch. Goll. Ach, jetzt sind hier schon wieder in den Tanks. Dann ist ja auch irgendwo schon wieder das olle Haus. Aber in den Tanks war vorhin noch, nee, oder? Da war er vorhin. Nee, ich meine, Zettel. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja nicht alles gesehen. Ich habe das dann gesehen und bin weggeräumt. Irgendwas muss doch im Haus auch noch sein. Warum steht doch da kein Haus? Ist bestimmt überall, wenn du so was hier findest, was dran. Lauf doch mal, wenn das jetzt so taus ist, mal drüber rum erst. Ja. Das passt. Nenni, bleib schön, wo du bist. Bleib schön, wo du bist. Oh, wann hast du schreien? Was machen wir? Wenn man Angst hat, man singt. Oh, da ist jetzt schon wieder. Aber ich habe immer noch nie bei den Tanks alles gesehen. Aber ich will mich auch nicht umdrehen. Dann kriegen wir den Angst. Oh, warte, dreht doch jetzt nicht um. Ja, warum nicht? Oh, warte. Okay, dann gehe ich jetzt da rein. Nee. Nee. Dann auch scheiße. Der ist bestimmt drin. Ich gehe rein. Wir haben erst eine Seite, da kommt er hoffentlich noch nicht. Ich habe keine Hand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, die Kacke ist da auch, wo du von drinnen warst. Du hattest da zweimal eine Sackkasse. Was ist, wenn du dich umdrehen und der kommt? Ja, dann bist du am Arsch. Oh, warte. Oh, oh. Oh, schau. Ich habe ein bisschen rum. Oh, die schreien im Mund vorholt. Kann hier nicht einfach mal die Seite sein. Da. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, warte, warte. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Aber nicht so schnell. Na, warum denn nicht? Weil ich Angst habe. Warte, warte, warte. Oh, nein. Oh, nein. Wo bin ich? Kann ich noch rennen? Ja. Jetzt läuft die Ding in die Arme. Ja. Ich habe dich lieb. Oh Mann. Oh, wir versagen voll. Direkt normal hier. Voll die Loser. So, ab 100 Parts gehen wir dann auf, ne? Oh Gott. Mach's besser, Brinne. Du kannst gleich mal da vorne sitzen. Ich bin ganz froh mit meinem Platz. So, noch mal Habe aus. Ich kriege einen Herzinfarkt, echt. Ja, den zwei der war vor mir. Ja. Weil wir ihn so umgeklärt haben. Ja, eben. Ja, nicht umdrehen. Ganz einfach. Ja, aber du musst ja wieder raus. Ja, ne? Kannst du rückwärtslaufen? Ja. Mal, dass jemand einfach aus dem Haus wieder rückwärts läuft. Läuft man ihn dann auch so mit dem Rücken in den Armen? Ja, das ist ja dann eklig, weil dann läufst du in den Armen und der macht von hinten so Huhu. Ich hab dich. Dann vielleicht mal umdrehen und dann so das Lichtding mal so auf den Boden. Und wenn ich die Füße sehe, erschrecke ich mich an. Ich weiß, der steht da. Der sieht ja nicht mal hässlich aus. Das ist dieser Schockeffekt. Nein, das ist der Schockeffekt einfach nur. Hallo, ist jetzt hier nichts dran? Also sind die nicht immer überall? Ja, das sieht wohl so aus. Doch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann muss ja im Haus auch wieder inner sein. Tja. Dann gehen wir mal gucken. Ich will da gar nicht rein. Ich hatte mir ja gerade gekriegt. Ja, das ist die Kacke mit dem Haus. Weil du hast da echt Sackkassen. Das ist das ja. Vielleicht geh ich auch als Letztes da rein. Weil dann hab ich alle acht und dann ist ja jubig. Vielleicht wär's mal gut gewesen, als Erste da rein. Vielleicht, ich weiß das ja nicht. Weil als Letztes da kann er dann bestimmt uns schneller kriegen. Hey, was denn? Wo denn? Was denn? Der hat gekriegt, oder? Hat er? Ja, ich glaub schon. Fahne Reaktion. Du weißt, wo der steht. Da hinter uns. Ja. War da was? Da war ein Zaun. Da ist immer noch Zaun. Das ist ganz schade. Ich will da echt mal wissen, wie jetzt rumgelöst auf der hinter uns ist. Ich will da gar nicht wissen, nein. Wenn du das wissen willst, dann müssen wir selber spielen. Ich möchte ja die acht Zettel finden und wissen, was dann passiert. Ja, das möchte ich auch. Ob das Ende ist, wie es weitergeht, ob wir gewonnen haben, ob man dann winnen kann. Was denn Siegelspiel ist, außer die acht Zettel? Das wüsste ich auch gerne. Ich würde auch gerne mal ein bisschen so über die Story wissen, ne? Außer, dass da ein Typ ist im Wald. Also, was heißt Storywissen? Ich habe ja schon ein bisschen gelesen, verschiedene Geschichten, die ja wahr sein sollen. Ach ja, warte. Ja, irgendwas von... Ich glaube, das waren drei Jugendliche und die haben dann irgendein Spiel mal gespielt. Und ich weiß ja gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war dann halt irgendwas mit einer Nachricht in einer E-Mail und dann sind die im Wald gegangen und dann eine nach dem anderen weg. Ja, toll. Und der Ständer taucht halt irgendwie immer nur auf bei kleinen Kindern. Ich habe halt so Bilder auf dem Internet gesehen. Ich bin kein kleines Kind. Wie, wen gibt es echt? Also, laut den Geschichten soll es ihn wirklich gegeben haben. Und was hat er gemacht? Ja, wesentlich mit der Kinder entführt oder so. Du hast halt zwei Bilder, habe ich gesehen im Internet, die sollen wohl wahr sein. Ich weiß ja, ob die über Photoshop worden sind. Was da halt so Kinder von gespielt sind, dann waren halt im Hintergrund so ein großer, schleimkamer Mann im Anzug und du hast halt das Gesicht nicht gesehen. Aber ist schon uralt. Ich weiß halt nicht, ob das wahr ist. Und die musst du da auch zeigen finden, oder was? Nein. Ich denke mal, das mit einem Zettel haben die Macher einfach eingebaut. Auf jeden Fall soll es dem wohl gegeben haben. Ich dreh mich nicht um. Ich geh einfach weiter. Kommt vielleicht irgendwann nochmal daran vorbei. Ja. Du hast nicht umgeregt. Ich hab mich immer mal hoch. Ja, da. Du hast ihn auch, ne? Du auch. Naja, aber ich weiß nicht, ob ich das schon... Nee. Woran denn? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt einen Schatten hinter uns gesehen? Nein. Hast du nicht. Hast du nicht. Du meinst, hier hinter uns oder da hinter uns? Da. Im Spiel. Nein, hast du nicht. Wir haben doch schon mal hinter uns ein Ding. Fuck, ey. Oh, nee. Fuck, fuck, fuck. Bin ich hier von reingegangen? Nein, ne? Oh, Mann. Die Eingänge nicht gleich? Nee, ich gehe jetzt woanders hin. Ey, so bist du nie fertig. Ja, aber ich will ja nicht noch ein zweites Schüler der Akzent werden. Ist ja kacke. Naja, ist ja schlimmer, wenn du nach der siebten gekommen bist. Ja. Ja, dann ist es eher geworden. Na, vielleicht, wenn wir mal, was ich nicht hoffe, noch mal gefunden werden sollten, einfach mal als erstes das Haus suchen. Ja. Oh, da kommt er. Okay, okay, okay. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich gehe einfach mal schnell hier rein. Ja! Ja, und schnell wieder raus. Oh, Mann, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Okay, okay, ich bin draußen, ich bin draußen. Ich bin draußen. Okay. Angst. Oh, Mann, die Musik. Okay, okay, okay. Auch schon wieder die Tanks. Wollen wir mal auf euch decken? Da, warst der, wo denn? Was denn? Wo denn, wo denn, der hat gekriselt. Hattet? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt nicht zu den Tanks. Aber ich muss eigentlich irgendwann. Oh, Slender, du machst mir viel. Ist dann oben? Weißt du, wo du fährst? Nee, nee, sah jetzt so aus. Okay. Wie viele hatten wir jetzt? Zwei, ne? In der dritten Seite. Ja. So eine Spannung. So ein simpel Spiel. Spiel Spannung und Spaß. Yeah. Wo bleibt die Schokolade? Die würde mir jetzt vielleicht heißen. Also echt so ein simpel Spiel, man scheißt sich der was rein. Zumindest für Frauen. Guck jetzt nicht bei den Tanks. Nein, nein, nein. Ich weiß, dass der da ist. Gucken wir mal, wenn man noch vorbeifommt. Mhm. Eee, jetzt knackt die mit ihren Fingern. Oh Gott, wo lang? Wo lang? Hier war ich noch nicht, oder? Ist das nicht der große Baum? Ach, wie war es am Stein. Am Felsen. Okay. Das traut doch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich mal nie schreien, ey. Das ist nicht möglich. Oh, Zettel. Ah, stehenbleiben, stehenbleiben. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe so Angst. Oh Gott, ich kenne mich. Oh Gott, ist hier irgendwas? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Das hat gekriselt schon wieder. Zettel, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Mann, oh Mann. Wenn wir das gar nicht schaffen sollten, dann lassen wir das. Ja. Ja, sonst kriege ich irgendwann ein Herzinfarkt. Geh dann googeln, wie das Ende ist. Können wir ja dann nochmal erzählen, oder so weiter. Okay, okay. Kurz ausmachen. Bisschen brauchen wir. Angst. Wir machen erstmal vielleicht Stopp, um dann Hartmacht zu beenden. Ja, lass einfach laufen, wir können es ja schneiden. Gut. Das wäre jetzt blöd, hier Pause zu machen, oder so weiter. Komme ich mal wieder irgendwo an? Der Nebel irritiert auch immer so, ne? Ja. Ist ganz schön mies. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh Mann, oh Mann. Hier ist ein Weg. Ich folge dem Weg, ne? Was ist das? Hier ist eine Wand. Da war vorhin der andere Zettel, also ein Zettel dran. Dann lass hier nochmal einen Wand sein, bitte. Oh Mann, ey. Aber Mann, ich muss mir immer so viel rundreden. Das bin ich doch gar nicht. Scheiße, die Wand an. Oh, warte, 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 warte. Nee, glaub falsch. Nee, drübe, drübe, drübe. Warte, 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 warte. Du bist bescheuert? Da sind die Zettel? Oh. Was? Nein, hier ist nichts. Ja, da sind wir auch einfach. Ja, ne, wo ist denn der Tunnelding? Weiß ich nicht. Hier ist so viel in Verschuldet. Und nicht drehen. Ich will mich jetzt nicht aufdrehen, aber da ist bestimmt was dran. Ich gehe einfach mal ein Stück weg und dann gehe ich nochmal ein Stück zurück. Hm. Kann ich einfach mal auf den Boden gucken, dann fällt er gar nicht auf. Nee. Kann ich nicht einfach mal weg gucken? Da ist er! Oh nein. Okay, ich drehe mich ganz langsam. Mach doch mal so das Licht auf den Boden. Ja, aber dann renne ich ja. Dann renne ich immer nach vorne. Wenn du die Kamera legst, deine Bewegung einfach mal eher so hoch. Oh, dann habe ich aber noch mehr Angst. Ja, aber und dann ganz langsam nach oben. Erstmal ist er nicht hier. Okay, okay, okay. Oh, ist hier nichts drinne? Kannst du mich verarschen? Ich polamiere ein. Wunderbar. Hier ist doch bestimmt irgendwann. Oh, fuck ey. Oh, du bist so schnell. Ey, der läuft nun mal so schnell. Geh nicht immer so nah an der Wand ran. Ja, warum denn nicht? Ja, weil der nicht geht gleich da. Warte, warte. Oh, Mann. Oh, Mann, hier war der Zaun, ne? Ja. Scheiße, oh Gott, weiter. Ich habe immer so Kacken. Hä? Ich habe nicht so Kacken. Warum? Mann. In meine Hose Kacka, Mann. Ich Kacka Pinker. Ich mache mir auch so ein bisschen gerade dezent in die Hose. Aber nur ein bisschen. Ja, weil ich auch gar nichts finde gerade hier. Rennen wir. Machen wir Licht auf. Wir kriegen das mit dem man in den Arm rennen. Bestimmt, warum nicht? Okay. Wo denn, wo denn, wo denn? Du, komm, 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 komm. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ich lauf, ich lauf. Wo war er denn? Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich bruch nicht. Äh, wo denn? Ich lauf anders hin. Ich lauf anders hin. Ich renne mal. Ich will nicht, dass der schon kriegt. Nein, ich auch nicht. Oh Gott. Da ist der Zettel. Krieg den so? Ich will mich nicht drehen. Na ein bisschen Muster ran. Ja! Ja! Oh Gott! Ich hab schon 5! Oh Gott! Scheiße, die Mucke! Ja, die ist gar nicht mal kusselig! Angst? Bist du so arm? Die kommen mal ein bisschen kuscheln, ja? Ja! Mucke! Die Mucke ist voll eklig beträglich und so. Aber bestimmt weil du schon Wünste hast? Ja, bestimmt. Also Wünste mitkriegt ihr bestimmt nach jedem Zettel halt irgendwie krass wollen. Ja, oder vielleicht, ja? Weil der halt schneller kommt oder so. Ja! Rumpst du jetzt gleich so nachher so, oh! Ja, dann kam ich mir her zum Partnerkratzen und vergessen. Ja! Dann rufen wir die 113 an und dann... Wie war die Nummer von 113? Ich weiß nicht mehr. Aber ich finde ja nichts mehr. Nein! Und ich sehe auch noch was. Aber ich will mal die Lack mal die ausmachen. Die ist ja so, oh kacke! Wenn die immer schwächer werden, dann immer nicht mehr. Sonst siehst du nicht mehr die Zettel. Oh, die Schwerz hauen! Oh, warte, 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 warte! Oh Gott! Hallo? Ja, das ging immer drüber. Ja, kacke ey! Was meint? Nein, das stellt keiner. Was ist das? Ja, aber du siehst. Ist das Drogen genommen oder was? Ja, nicht nur jemand. Oh Gott ey, hallo! Ach, jetzt bin ich schon wieder hier! Ne, ich nehme keine. Nochmal betont, ich nehme keine Drogen! Keine eine Drogen! Keine eine Drogen! Oh, kacke ey! Oh, kacke ey! Ich bin schon in seinem Gesicht! Oh, verdammt! Und so! Oh Mann! Dann machen wir erstmal kurz auf Stopp dann! Ja! Wir machen erstmal kurz Stopp und äh... Ey, ich mache nicht! Fina, willst du mal? Ne! Nein! Ja, wenn sich keiner traut, dann ist das Ende mit Let's Play! Ich probier's noch einmal und dann lassen wir's! Gut!